hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist heute nicht der riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes geht es um den fallenden bitcoin kurs wir haben miterlebt dass heute der bitcoin kurs stark noch mal nach unten korrigiert wurde und wir gucken uns hier mögliche gründe an außerdem gucken wir uns an warum der milliardär mike novogratz weiterhin an einer preisexplosion festhält warum er daran glaubt dass der bitcoin in zukunft die 20.000 dollar erreichen soll und zu guter letzt gucken wir uns noch den defi boom an und warum das gerade zu einer blasenbildung kommen und führen könnte gucken wir uns das allererste thema an und hierbei geht es vor allem um den entsprechenden ja zusammensturz das ist vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt aber auf jeden fall um die korrektur die wir beim bitcoin im laufe des tages erleben durften wir haben ja über die letzten tage und wochen relativ kontinuierlich den bitcoin preis wieder aufbauen können waren auch relativ gut unterwegs richtung 10.000 dollar und nachdem dann die gerüchte aufkamen dass paypal also anfangen möchte in dem bereich aktiv zu werden das heißt also den kauf und verkauf von bitcoins anzubieten ging denn der preis noch mal ein bisschen nach oben über ein prozent konnte der bitcoin dann in relativ kurzer zeit dazu gewinnen und nun ist es so dass der bitcoin preis wieder so ein bisschen konsolidiert ist wir liegen wieder bei ungefähr 9.300 9.400 dollar je nachdem und das interessante ist dass es hier wahrscheinlich einen zusammenhang zwischen zwei mining pools gab und dem bitcoin kurs denn zwei mining pools haben tatsächlich knapp 68 millionen us-dollar abfließen lassen und das wäre ein möglicher grund warum also der bitcoin preis sich hier nun noch mal angepasst hat warum er also abgestiegen ist und das ist tatsächlich auch der zweitgrößte tägliche abfluss überhaupt in den in der letzten zeit jedenfalls der hier stattgefunden hat und das wurde durch ho btc und poolen durchgeführt und initiiert hier wurden insgesamt 7153 bitcoins abgezogen beziehungsweise weitergeschoben und diese wurden dann tatsächlich nur bedingt über börsen abgewickelt oder verkauft sondern eben auch über alternative methoden also über den otc handel und so weiter um letztendlich hier an kapital zu kommen das macht natürlich absolut sinn die miner gucken natürlich auch gerade nach dem harbing dass sie über die runden kommen und das ist dann natürlich ein sehr sehr sinnvoller zeitpunkt diese möglichkeit zu nutzen wenn denn der bitcoin preis relativ hoch ist wir lagen davor bei ungefähr 9700 dollar und das ist ja auch ungefähr der bereich von dem die meisten davon gesprochen haben dass es eben vermehrt zu verkäufen kommen kann das waren so 9700 dollar bis 10.000 dollar das war so die range die hier angegeben wurde dass es da also häufiger zu entsprechenden abstoß aktionen kommen könnte letztendlich hat sich das jetzt bewahrheitet wir sind jetzt erst mal nicht über die 10.000 beziehungsweise in richtung 12.000 dollar gestiegen sondern es gab wie gesagt diese kurze konsolidierung der bitcoin preis ist wieder ein bisschen eingebrochen und das passt relativ gut mit diesen beiden mining pools zusammen letztendlich ist aber natürlich das ziel weiterhin dass wir die 10.000 dollar überschreiten das große problem dabei ist natürlich dass niemand genau weiß wann es dazu kommen wird wir haben zwar sehr sehr viele prognosen in der vergangenheit gesehen die extrem bullisch waren aber niemand weiß wirklich was in zukunft passieren wird ob es nun 10.000 12.000 20 oder 100.000 dollar pro bitcoin werden das kann eben niemand mit absoluter gewissheit sagen es gibt lediglich einschätzungen und meinungen aber am ende gibt es eben niemanden der garantieren kann dass der bitcoin in diese hemisphären eben aufsteigen wird es wäre zwar sehr sehr schön aber wir wissen eben nicht was in der nächsten zeit passiert und entgegen der erwartung der meisten haben wir wie gesagt eben auch nicht die 10.000 dollar jetzt erreicht sondern sind noch mal ein bisschen weiter eingestürzt und bewegen uns eben richtung 9000 dollar das bedeutet natürlich noch lange nicht das ende denn der bitcoin wurde schon sehr sehr häufig totgesagt am ende konnte er sich immer wieder aufbauen und hat es geschafft eben neue höchstwerte zu erreichen und daran glaube ich persönlich weiterhin am ende muss natürlich jeder selber seine strategie hier anpassen nach den informationen die er sich so organisiert um dann die richtigen entscheidungen für sich und die anlagestrategie eben zu treffen jetzt hoffen wir einfach mal dass der bitcoin sich in der nächsten zeit wieder ein bisschen erholt und dass wir dann tatsächlich die 10.000 dollar eben nachhaltig überschreiten werden was haltet ihr von dem ganzen thema schreibt es gerne mal unten in die kommentare falls ihr euch grundsätzlich mit dem thema bitcoin und crypto währungen auseinandersetzt dann solltet ihr euch auf jeden fall den ersten link in der video beschreibung angucken das ist aus meiner sicht das beste hardware wallet was man sich aktuell organisieren kann gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es um den bitcoin kurs der wohl demnächst oder bald die 20.000 us-dollar erreichen soll hierbei geht es um weitere aussagen von mike novogratz der immer noch daran glaubt dass es eine preise explosion geben wird mike novogratz ist ja ehemaliger mitarbeiter von goldman sachs und ceo von galaxy digital und er hat bereits in der vergangenheit sehr sehr häufig prognosen aufgestellt wenn es also um den bitcoin preis ging er ist letztendlich milliardär hat sehr sehr viel kapital und möchte natürlich auch dass der bitcoin weiter ansteigt damit er natürlich auch mehr geld verdient irgendwo absolut logisch und er hat sich nun in einem interview mit finance magnates unterhalten und noch mal über seine visionen und ideen gesprochen denn er glaubt dass in den nächsten jahren knapp acht von zehn institutionellen investoren anfangen werden in crypto währungen zu investieren und das wird wohl in den nächsten fünf jahren passieren und dazu sagt er folgendes abgesehen davon dass bitcoin zu einem stellvertreter für gold wird ist eine digitale revolution im gange und die zahlungen werden sich mit der zeit verschieben es wird einen crypto dollar geben genau wie es einen crypto juan und einem crypto euro geben wird ich denke jedes portfolio wird crypto enthalten sogar denjenigen die noch nicht dabei sind ist klar dass es unvermeidlich ist dass wir am ende eine menge crypto assets haben werden es ist eine frage der zeit er spielt also ganz klar darauf an dass die digitale revolution weiter voranschreiten wird dass die länder sich alle weiterentwickeln werden und dass die menschen die privatanleger und die ganzen unternehmen natürlich die großen vorteile der crypto währungen sehen ob es dann am ende crypto währungen sind die durch die regierungen herausgegeben werden oder ob es dann tatsächlich auch dezentrale crypto währungen sind die dann weiterhin relevant für die anleger und so weiter sein werden das wissen wir zum jetzigen zeitpunkt noch nicht aber es zeigt auf jeden fall dass er daran glaubt dass die digitale revolution und transformation hier weiter voranschreiten wird die frage ist natürlich nur wie schnell die einzelnen länder dann in der zukunft sein werden und ob und in welchem umfang das ganze dann umgesetzt wird ich habe natürlich auch riesige hoffnungen dass das passieren wird letztendlich wissen wir aber natürlich nicht wann das passiert und ob es passieren wird die chancen die stehen aber sehr sehr gut gerade weil das thema adaption immer weiter voranschreitet immer mehr menschen sich mit den themen auseinandersetzen und eben auch nach alternativen anlagemöglichkeiten suchen um ihr kapital eben anzulegen Mike Novogratz versucht eben jetzt in diesem interview auch nochmal hervorzuheben dass wir bald die 20.000 us-dollar erleben und sehen werden das wäre das zweite mal und dazu sagt er folgendes china schlug tatsächlich mit japan korea und hongkong vor eine regionale kryptowährung einzuführen die zu ihrer handelswährung wird es ist für mich unmöglich zu denken dass wir irgendwann einmal keine stable coins oder krypto versionen des dollars eine digitale version des dollars haben die wirklich zu dem werden womit wir geschäfte machen und er sagte noch zusätzlich es wird mich oder es wird mich überraschen wenn wir nicht bald 10.000 dollar überschreiten und danach werden wir sie oder werden wir die 14 und 20.000 dollar sehen das sind so seine aussagen er sieht also ganz klar die revolution er sieht dass sich die länder weiterentwickeln werden dass die menschen den nutzen hier hinter kryptowährungen sehen werden und die meisten setzen sich dann sowieso automatisch erst mit dem bitcoin auseinander anfangen dann erst an sich mit altcoins also mit alternativen eben ja auseinanderzusetzen erfahrungen zu sammeln wissen zu sammeln um dann tatsächlich in investitionsentscheidungen zu treffen das ganze könnte nochmal deutlich vereinfacht werden wenn es dann auch einen entsprechenden itf gibt aber hier muss die sec natürlich erstmal den entsprechenden vorsitzenden austauschen damit das wirklich durchgeleitet werden kann ich bin sehr gespannt was hier noch in zukunft passiert aber die zeichen sehen auf jeden fall sehr positiv aus gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es um defi und ob das theoretisch die neue ico blase wird wir wissen alle dass defi ein unglaublich interessantes feld bedient wir haben hier einen use case geschaffen der auf jeden fall sehr sehr interessant ist und wir sehen eben aber auch dass diese defi welt eine sehr sehr große blasen bildung jedenfalls theoretisch durchläuft zum jetzigen zeitpunkt und die frage ist natürlich ob wir in zukunft eine blasen bildung sehen beziehungsweise ob es zu einem platzen der blase kommt wir bekommen nämlich mit dass die ganzen plattformen beziehungsweise die token die dort gelauncht werden sehr sehr stark ansteigen alleine zum beispiel der baal token der konnte von 6,65 us dollar auf 22 dollar innerhalb kürzester zeit steigen das ist ein kursanstieg von über 235 prozent und andere token haben das ebenfalls hinbekommen ob es nun land renn oder snx ist alle diese compound kursrallys die zeigen ganz klar dass hier sehr sehr viele menschen spekulieren und dass sie eben die hoffnung haben durch die entsprechenden positionen mehr geld zu machen und das ist natürlich eine gefahr denn solche starken anstiege der kurse die können in der regel nicht gesund sein das haben wir bereits 2017 beim bitcoin erlebt wo wir innerhalb von wenigen monaten von 3800 dollar auf 20.000 dollar gestiegen sind anschließend gab es einen platzen der blase die meisten sehen eben nur die zahlen werden sehr sehr gierig und überlegen nicht mehr was eigentlich passieren könnte nehmen also das kapital bis zum gewissen grad nicht raus sondern spekulieren einfach weiter und verlieren am ende dann wahrscheinlich alles deswegen wäre mein appell dass man sich hier definitiv falls man in diesem bereich unterwegs ist sich mal mit den konsequenzen auseinandersetzt und dann im besten fall wenigstens das geld was man ursprünglich eingesetzt hat raus zieht natürlich kann es in den nächsten wochen noch oder auch monaten noch weiter nach oben gehen und theoretisch könnte man damit also eine große chance verpassen auf der anderen seite ist es umso schlimmer wenn man dann wirklich sehr viel kapital verliert und es ist eben auch aktuell so dass die meisten anfangen sich geld zu leihen weil sie einfach diese token haben wollen weil diese einfach deutlich besser zu verkaufen sind weil sie eben deutlich mehr wert haben als das geld was sie sich eigentlich aktuell leihen und das ist eben ein sehr sehr schlimmer teufelskreislauf hier der gerade aufrechterhalten wird und die frage ist wie gesagt wann es tatsächlich zu einem platzen der blase kommt es kann also noch einige zeit dauern und ob es passiert wissen wir zum jetzigen zeitpunkt auch nicht auf jeden fall sehen die zeichen nicht so positiv aus denn solch starke anstiege die führen in der regel noch mal zu einer sehr starken korrektur und ich bin sehr gespannt ob und wann das dann passiert gut ich hoffe euch haben diese kurzen und informativen themen hier gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erstmal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao 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 ciao